So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum guten Morgen, Börse, gemeinsam mit XTB. Heute ist Montag, der 18. Dezember 2023 und wir wollen uns gemeinsam einen Blick auf die Märkte gönnen. Das wird jetzt natürlich immer dünner, was wir zu sehen bekommen. Das ist die letzte vollständige Handelswoche des Jahres 2023. Wir haben nächste Woche, ja, wir haben noch eine Handelswoche, aber ganz besonders hier in Deutschland mit dem ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag, Montag, Dienstag. Da wird nichts mehr wirklich passieren. In den USA, da ist am 26. wenigstens noch die Börse geöffnet. Aber unterm Strich wird es einfach jetzt ziemlich dünner werden. Ich habe gerade eben live mit den Kunden von XTB Szenarien skizziert für zwei Aktien. Die wollen wir hier auch zum Thema machen, denn ich denke, der Modus, den wir jetzt hier zu sehen bekommen haben, ist klassisches Cherrypicking. Also das bedeutet, wir sollten uns wirklich Kirschen raussuchen, potenzielle Performance- oder Runner-Kandidaten vielleicht. Vielleicht eine relativ große Aktie, also mit Tesla. Die zweite, eher ein Titel, den haben wir immer mal wieder zum Thema gemacht, aber nichtsdestotrotz so bekannt eventuell nicht. Carvana, CVNA, eine der allerdings meistgeschotteten Aktien der Wall Street. Beide durchaus interessant. Aber nichtsdestotrotz, das sollten auch die Plays sein, auf die wir uns hier hauptsächlich fokussieren. Denn der eine oder andere wird jetzt geneigt sein, vielleicht zu sagen, Mensch, guck mal, wie weit wir gelaufen sind auf der Oberseite. So stark überdehnt. Hat dann irgendwelche technischen Indikatoren. Von mir aus in der RSI guckt sich den im DAX an, guckt sich den im S&P an, guckt sich den im Nasdaq an und sagt, jetzt ist aber der Pull-In. Und genau das ist nämlich dann das Problem. Wir brauchen dafür eine frische News und die kriegt es jetzt einfach nicht mehr. Das heißt also, wir sollten sehr, 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 sehr vorsichtig sein, sehr selektiv vorgehen an dieser Stelle. Und nicht so viel mentales Kapital jetzt hier in dem übertragenen Sinne verzocken. Ja, es gibt es sicherlich. Vielleicht sogar gleich zu Beginn des kommenden Jahres. Die ein oder andere, das hat eine Short-Gelegenheit. Aber wie gesagt, im derzeitigen Umfeld findest du die nicht. Das Kapital, das Mentale, was wir dort binden, das ist definitiv besser unter dem Weihnachtsbaum, beziehungsweise beim Weihnachtsgansessen aufgehoben. Bei allen weiteren Details zu den gleich spannenden Titeln Tesla, beziehungsweise Carvana in wenigen Sekunden. Zunächst vorab der Risikoinweis. Die Visum und CFD sind komplexe Handelsinstrumente. Die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko in den Herrschnellgeld zu verliehen, sind ausgehend hierfür nicht für den Handel geeignet. Und bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle mal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lass ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Lade sich dann auf xdb.com.de, kostenlos eine Demo herunter, teste den Handel risikofrei, schau, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ein Eignet. Und sofern man das für sich mit Ja beantwortet, hat man auch die Möglichkeit, ein Leitkonto zu eröffnen. Diesbezüglich aller Informationen, Vorstellungsrisikoinweis, findet ihr auf xdb.com.de. Nutzt auch gerne die Möglichkeit, den Berliner Kundensupport zu kontaktieren. Telefon- beziehungsweise E-Mail-Adresse folgt zugleich. Zunächst in eigener Sache, bitte nichts in den folgenden Minuten als Anlageempfehlung missverstehen. Es handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives Event. Ihr könnt gerne eure Fragen stellen, aber wie gesagt, bitte nichts als Anlageempfehlung in irgendeiner Form missverstehen. Dann habt ihr die Möglichkeit, einmal, wie gesagt, den Berliner Support zu kontaktieren. Hier einmal Telefon- beziehungsweise E-Mail-Adresse. Xdb als Broker, seid kurz vorgestellt, bester CFD-Broker des Jahres 2023, die Gründe dazu geführt haben, findet ihr hier links einmal aufgeführt. Ein Grund mit Sicherheit, die X-Station und genau in die wollen wir jetzt einen Blick uns gönnen und wollen auch gleich right, straight away in die Action springen, nämlich mit Tesla und einem möglichen Breakout-Szenario, was wir hier zum Thema machen wollen. Also außer Frage steht, dass das Jahr 2023, wie gesagt, sich dem Ende neigt. Wir haben einige ziemlich starke Runs zu sehen bekommen in Equities, ganz besonders im Tech-Bereich, fast Aufschläge von 50% über das gesamte Jahr im Nasdaq, ausgehend von der Jahreseröffnung. Und das ist übrigens auch ein mit der Grund vielleicht, möchte ich mal vielleicht sagen, aber vielleicht auch ein Hauptgrund, warum man nicht davon ausgehen sollte, dass da jetzt in irgendeiner Form die große Korrektur kommt. Natürlich vorausgesetzt, es gibt nicht den großen Trigger irgendeiner Form mit einer geopolitischen Eskalation oder dergleichen, was wir natürlich nicht hoffen wollen. Aber die Sache ist eben jetzt jene, du wirst deinen Bonus, deinen Jahresbonus, jetzt nicht mehr irgendwie aufs Spiel setzen im brutalen Sinne. Du wirst vielleicht noch kleine Sachen machen, vielleicht die Bücher schon lange zugemacht haben. Wenn du dich denn dann noch positionieren musst, weil du deinen Klienten noch entsprechend eben zur Performance schuldig bist, weil du ein bisschen underinvested warst über das Jahr oder dergleichen, dann bist du jetzt auf der Suche nach potenziell interessanten Kandidaten. Natürlich Kandidaten nach Möglichkeit, die auch Potenzial haben, dann im nächsten Jahr zu laufen, nachhaltig zu laufen oder aber vielleicht die einfach nur ein Squeeze-Potenzial haben. Und wir haben zwei davon. Wir haben einmal den Kandidaten, der auch im Jahr 2023, Entschuldigung, 2024 stark laufen könnte. Das ist eine Tesla, ausgehend vom Chance-Risiko-Verhältnis, denke ich, durchaus ein interessanter Titel. Aber wir haben darüber hinausgehend eben auch eine Short-Squeeze-Kandidaten, eben mit einer Carvana, nicht ganz so liquide, allerdings gar nicht so liquide, tatsächlich sogar, was wir hier in Tesla vorfinden. Und ausgehend hiervon könnte Tesla vielleicht vor einem Run stehen in den Jahresschluss hinein, selbst wenn sich der Überbau und Untermarkt relativ neutral darstellt. Und die Price-Action übrigens, die war ziemlich telling und die war vor allem auch potenziell, ich sag mal, trappend. Also das heißt, hat den ein oder anderen eventuell auch den falschen Fuß erwischt. Was ist damit gemeint? Nun, schauen wir uns die Price-Action mal an. Der letzten Wochen, muss man ja sagen, an dieser Stelle. Diese Seitwärts-Konsolidierung nach diesem kurzen Washout, sagen wir mal, in Richtung der 200-Dollar-Region, das war hier Anfang November noch, beziehungsweise im Oktober der Fall, wo wir kurz in Richtung der 200-Dollar-Region gelaufen sind, sind dann nochmal reingekommen, haben ein höheres Tief ausgebildet, oberhalb von 200, gappten wieder aufwärts, beschleunigten deutlich ab Mitte November. Und dann haben wir, anders als der breite Markt, in das Thanksgiving-Szenario, im Nasdaq oder dergleichen, wo wir in neue Jahreshochgefilde gelaufen sind, haben wir eine Konsolidierung zu sehen bekommen, deutlich unterhalb der Jahreshochs. Wie gesagt, im Hinblick auf Tesla ist das deswegen überraschend, weil die Firma weiter extrem stark aufgestellt ist. Sei es im Hinblick Wachstum im Bereich E-Mobilität, jetzt würde man natürlich sagen, jüngste Berichterstattung rund um die Ampel beispielsweise, die jetzt innerhalb ihres Haushaltsplans beispielsweise Subventionen für E-Mobilität nicht nur gekürzt hat, sondern glaube ich, sie abschaffen will und dergleichen. Da gibt es ja keine Nachfrage und dergleichen. Das kann sein, dass das für Deutschland vielleicht tatsächlich sogar der Fall ist. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe eher das Gefühl, dass die Nachfrage weiterhin sehr, sehr stark gegeben ist und das nicht besonders Tesla hierzulande trifft, sondern ganz besonders die etablierten Autobauer, die sowieso schon Schwierigkeiten haben, im Bereich E-Mobilität in irgendeiner Form Momentum auf die Kette zu bekommen beziehungsweise überhaupt profitabel Fahrzeuge vom Band laufen zu lassen. Und Tesla hat ausgehend von seiner, erstmal den Gigafactories und der Möglichkeit auch die Produktion hochzufahren, ausgehend von Wrights Law beispielsweise, ohne jetzt in die Details zu gehen, entsprechend profitabel zu arbeiten. Denn die Stückkosten mit zunehmender Menge, die nehmen ja deutlich ab. Infolgedessen die Bruttogewinnmarge von Tesla beispielsweise, jenseits von Gut und Böse ist im Vergleich zu anderen E-Autobauern, was dazu geführt hat, dass Tesla ja über das Jahr 2023 hat die Preise mehrfach deutlich aggressiv cutten können und dennoch eine Gewinnmarge ausweisen kann oder ausgewiesen hat und dabei darauf ausweisen wird können, deutlich oberhalb von 10, 15 Prozent teilweise sogar. Und also infolgedessen, gerade in diesem Bereich ist Tesla extrem stark aufgestellt. Darüber hinausgehend haben wir den Bereich Künstliche Intelligenz, Dojo beispielsweise. Also unglaublich starke Wachstumsaussichten, die weiter da gegeben sind. Und infolgedessen ist das dann ganz interessant zu sehen gewesen, dass wir eben kein Momentum aufgenommen haben und stattdessen in eine Seitwärtskonsolidierung gegangen sind. Der ein oder andere, Skeptiker ganz besonders, davon gibt es ja einige, auch Elon Musk, nicht ganz so wohlgesonnene Charaktere, die dann eben hier an dieser Stelle eine relative Schwäche dahinter interpretieren. Und es sah erst danach aus, das war kurz vor der Fett hier, und da wollen wir jetzt mal an den Price Action einsteigen, eigentlich dieser kurze Flasch tiefer in Richtung und knapp unter die 2,30. Letzte Woche, der dürfte den ein oder anderen Bären in die Karten gespielt haben, erst mal in die Zähne gesagt haben, das ist das Short-Signal. Und auch Long-positionierte eventuell gestoppt haben. Dann kam aber die Fett und es gab ein scharfes Reversal. Also du hast in diesem Moment ein Fake-Out auf der Unterseite, hast Shorts eventuell, die im Markt gesackt worden sind, die jetzt allerdings auf der falschen Seite liegen, beziehungsweise Longs, die ausgestoppt worden sind, und siehst dann ein Reversal am Donnerstag folgend mit einem Follow-Through, einem Bruch und einer Attacke auf die bis dato ausgebildeten November-Hochs um 254 laufend. Enge Konsolidierung inside the day, den wir am Freitag ausgebildet haben. Meiner Einschätzung nach ist das ein potenzieller Breakout-Kandidat. In dem Moment, wenn wir über die 2,54 gehen, die Hochs also hier rausnehmen, von letzter Woche, beziehungsweise also 2,54 rund gesprochen, haben wir meiner Einschätzung nach wenigstens Potenzial in die Mid-60er-Gefilde, vielleicht sogar höher bis zu 2,80 in den kommenden Tagen. Also das ist durchaus ein Swing-Trade-Kandidat, aber auch ein Intraday-Breakout-Momentum-Breakout-Kandidat. Tesla hier meiner Einschätzung nach auf der Oberseite, selbst wenn der Überbau und Untermarkt ruhig bleibt. Und das Key-Level ist eben der Bereich um roundabout die 2,54, auf die ich hier ganz, ganz genau achten würde. Und wo ich mir vorstellen könnte, dass der ein oder andere Portfolio-Manager eventuell noch entsprechend seine Exposure hochfährt. Also Tesla 2,54, ganz interessanter Kandidat. Long willst du die Aktie nicht mehr sein? Wir gehen mal ganz kurz hier runter. Ich möchte die Aktie nicht mehr long sein, wenn wir unter 2,48 fallen. Das habe ich aus dem volumengewichteten Durchschnittspreis errechnet für mich, geankert auf die FED hier an dieser Stelle. Also das heißt, gehen wir unter die 2,48, das ist auch ungefähr der Bereich hier um diese Konsolidierungstiefs und ungefähr auch die Tiefs von Freitag, dann will ich nicht mehr long sein. Das wäre ein kurzes Slush-Szenario, Reaking Rebirth zu sehen, das wäre nochmal ganz interessant. Würde vielleicht auch nochmal 2,3 Trappen, die dann nochmal zusätzlich Fuel geben könnten, wenn wir um die 2,54 gehen. Aber im Optimalszenario willst du eigentlich den direkten Break und das halten über die 2,54 zu sehen bekommen. Also das ist der erste Kandidat. Der zweite Kandidat für den heutigen Handelstag ist eine Carvana. Auch auf die würde ich einen Blick werfen. Carvana, ein unglaublich interessanter Kandidat, weil hier haben wir den 30-Minuten-Chart knapp unterhalb eines potenziellen Breakout-Levels. 56, 57 Dollar ungefähr. Ganz interessante Aktie, weil hat einen Short-Float von über 35%. Das bedeutet also von den ausstehenden Aktien, das sind knapp etwas rund um die 100, mache ich jetzt mal, das ist knapp drunter tatsächlich, sind 35 Millionen Aktien geshortet von Hedgefonds. Und deswegen ein interessanter Kandidat, weil ein potenzieller Performance-Generator, just in jenem Moment, wenn wir nämlich einen Breakout auf der Oberseite sehen und auch in Ergänzung zu der Überlegung, stell dir mal vor, du hast eine Carvana Short im Portfolio und du willst deinen Bonus einfach nicht gefährdet sehen. Also nicht, dass jetzt eine Carvana die größte Position in deinem Portfolio sein sollte, wenn du einen Aktienbasket irgendwie geshortet hast oder dergleichen, aber es ist eben eine Delle und die möchtest du vielleicht vermeiden an der Stelle. Das heißt also, der Hedge deiner Exposure, was nochmal zusätzlich Feuer geben könnte, also Benzin ins Feuer geben könnte, mit einer Beschleunigung auf der Oberseite, wenn wir dann über eben diesen Bereich um 56, 57 gehen, was auch übergeordnet übrigens dann relevant wird. Also hier, wenn man mal reinschaut, da wird auch der eine oder andere vielleicht so eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation inverse vielleicht erkennen können und dergleichen. Also mich interessiert die Aktie besonders ausgehend von dem Short-Float und diesem Breakout-Potenzial. Aber auch hier möchte ich erst eine Bestätigung abwarten erstmal und das habe ich hier eingezeichnet für die Kunden von XDB, könnt ihr hier erkennen. Wir hatten am Mittwoch mit der FED schon ein entsprechend starkes Momentum, haben das fortgeschrieben am Donnerstag und sind dann jetzt auch hier in diese enge Konsolidierung gegangen, in diese Wimpel-Formation in gewisser Form am Freitag. Auch hier würde ich sagen, 52 beziehungsweise vielleicht ein bisschen höher, 52, 50 ungefähr, das sind die Hochs von Freitag. Break drüber, halten oberhalb der 52, 50. Das wäre interessant für den Carvana Long, weil, wie gesagt, gehen wir da über die 56, 57, ist das ein durchaus interessanter Squeeze-Kandidat und darüber hinausgehend auch vielleicht ein geiler Intraday-Trading-Kandidat. Einfach, wenn du einen scharfen Drive siehst zum Beispiel, zum Beispiel über diese Hochs und das Enge ausbilden, dann wird man sich die Frage stellen, ich bin nicht so der Swing-Trader, wie könnte man das Intraday-Traden? Du gehst steil in die Eröffnung, siehst eine enge Konsolidierung über den gesamten Handelstag, über den volumengewichteten Durchschnittspreis, siehst vielleicht kein weiteres Momentum, dann kommen schon die ersten Skeptiker und sagen, ach, sind wir vielleicht doch nicht, gehen keine Sweets und dergleichen, kommen wieder rein, gehen vielleicht marginal unter den volumengewichteten Durchschnittspreis. Ah, wir sind fertig, es ist doch ein Short, dann möchte ich die Aktie nicht long sein an dieser Stelle, beziehungsweise gehen vielleicht sogar darauf, dass sie sagen, Fehlausbruch auf der Oberseite, wir sehen einen Fake-Out in irgendeiner Form, ich antizipiere einen Break tiefer an dieser Stelle, einen Rücksetzer, einen erneuten Abprall an der 56, 57, wir gehen unter den volumengewichteten Durchschnittspreis und dann curlen wir zurück und handeln wieder drüber. Und auch hier wird es dann, es gibt einen Trap im übertragenen Sinne, also wir sehen so eine Curl-Struktur, im übertragenen Sinne gehen runter und drehen dann wieder so hoch, wie so eine Untertasse im übertragenen Sinne, vielleicht auch so eine Untertassenformation, hat der ein oder anderen schon mal fast davon gehört. Und auch das ist dann in der Lage, in den letzten Handelsminuten des Tages jeweils, also zwischen 20 bis 22 Uhr, starkes Momentum zu begünstigen, weil dann nämlich diese Marktteilnehmer sagen, okay, müssen wir die Position doch geben. Und dadurch können scharfe Momentum-Pushs auf der Oberseite eben tatsächlich entstehen. Und dadurch wird die Aktie plötzlich nicht nur zu einem Swing-Kandidaten höher, sondern eben auch zu einem Intraday-Kandidaten für sogenannte Momentum-Plays. Dann in hochliquide Handelsphasen, wie beispielsweise eben den Tagesschluss. Sollten sich irgendwelche Plays ergeben, werden wir sie natürlich hier nachbetrachten, logischerweise. Und alles weitere dann morgen im Guten-Morgen-Börse, gemeinsam mit XIV. Happy Trading. Passt auf die Stops auf, habt einen erfolgreichen Start in die letzte Handelswoche des Jahres 2023. Bis dann. Tschüss.